So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich hier hilft Teammitgliedern bei Eliminierung. Das Ganze mache ich mit meinen zwei Mods zusammen, nämlich einmal, erster Mod Till, dann zweiter Mod Marco. Siehste, ist am ehesten, ich wusste es. So, ihr habt ja mitbekommen, wir haben jetzt den Creator Code bekommen, erstmal danke dafür an alle. Wenn ihr einen eintragt, wäre natürlich netter Support, aber müsst ihr natürlich nicht, ihr wisst es ja. Dann gehen wir mal kurz in den Item Shop rein, ihr wisst ja unten rechts, einmal eintragen, YouTube Family Hack, einmal bestätigen, am besten jeden Tag einmal, dann vergesst ihr es auch nicht. Dann aber, warum es eigentlich geht, ihr wisst ja, morgen verlose ich einen Skin, nämlich um 18 Uhr, also morgen Freitag 18 Uhr Verlosung im Livestream. Wichtig dafür ist, dass ihr definitiv eine Freundschaftsanfrage geschickt, nämlich an yt-familyhack, so wie es hier oben steht, so wie es im Creator Code steht und auch so wie es jetzt in der Lobby steht. Hat den ganz einfachen Grund, weil wenn ich euch einen Skin schenken will, müssen wir schon mindestens zwei Tage befreundet sein, wenn nicht sogar drei, meine ich sogar. Zum Beispiel der Prime, der kann erst ein Geschenk von mir erhalten, morgen. Heißt, wenn ich heute ein Gewinnspiel machen würde und er würde gewinnen, könnte ich ihm nichts schenken, aus dem Grund die Freundschaftsanfrage. So, wenn wir euch schon öfters helfen konnten, bei irgendwelchen Aufgaben, gerne mal ein Abo dalassen, kostet euch nichts. Und in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rein, ihr zwei Chaoten. So, jetzt dürft ihr reden. Ganz normal. Jetzt der Marco sagt gar nichts. Denk dran, halt immer anschießen und dann Bescheid sagen. Okay. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das reicht, wenn du einen genockt hast und der andere eliminiert den. Müsst du reichen, glaube ich. Ich bin mir da auch nicht mehr sicher, weil früher war es so, du mussten wirklich beide den Schaden machen, in der Zeit, wo der lebt. Das war so behindert die Aufgabe, das weiß ich nämlich noch. So, jetzt hoffe ich erstmal, dass wir mindestens sieben Bots finden. Ich hab schon drei, das ist, glaube ich, oder vier. Man hat sich gemerkt direkt, dass er wieder ein Limo trinkt. Man muss ja auch was trinken. Immer viel trinken. Alkoholische Limo. Wir haben ja noch einen dabei. Den netten Jaguar. Was? Wer hat denn auch... Achso, ich bin Dings. Scheiße. Ja, da hast du wieder verkackt. Ich hoffe, du hast die Lobby zu. Ja, ja, die Lobby ist zu. Ja, ja, gleich 15 Mann mit dabei. Ja, die Lobby ist immer zu, bei mir, eigentlich. Ja. Eigentlich. Eigentlich. Ich möchte ihn erstmal, bevor er mir sagt. Würde ich dir auch empfehlen. Äh... Ach, der sagt nichts. So, mir ist egal, wohin. Willst du direkt da runter? Ach, das ist der. Hallo? Ja, der kann da runtergehen, ist mir egal. Wo gehen wir hin? Misty? Ja, weiß ich nicht. Ja, doch, da ist aber die Gefahr, dass Dings runterkommt ziemlich hoch. Also, wir sollen jetzt einfach anschießen, du... Ja, 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 ja. Deshalb, wenn Bots da sind, direkt Bescheid sagen. Ist halt auch... Also, der kann nicht reden, weil wir über Gruppe eben auch reden. Stimmt. Stimmt. Aber eigentlich, wenn der nachgejoint ist, kann der trotzdem reden. Das ist egal, der kommt in unsere Lobby neu rein. Aber ist ja auch egal. Man kann nämlich einstellen, ob ein Party oder ein Game. Ja. Aber ich glaube, hier ist schon mal kein Gegner. Also, ich erkläre es euch jetzt mal ganz kurz. Ihr müsst halt einfach am besten... Also, ja, egal, ob ihr zu dritt, zu fett seid. Einer muss den anhitten. Und der andere, wenn du die Aufgabe machen musst, musst du halt einen Hit machen. Und ein Teammate von dir muss halt auch einen Hit an ihm machen, bevor er stirbt. Ist halt eigentlich ganz simpel. Nur die Umsetzung ist nicht ganz so einfach. Aber wenn man auf krampft, bringt es eh nichts, das zu machen. Einfach ganz normal Teamspielen am besten. Und dann kommt das Ganze eigentlich von alleine. Ich denke mal, dass wir das hier auch hinkriegen. Ist ja einer eigentlich jetzt mit uns gekommen? Ja, ich glaube nicht. Doch, doch. Ehrenmann. Und das ist das, was ich meine. Das gibt es wirklich nur in Fortnite, gell? Die Leute spielen einfach zusammen und gut ist. Wenn ich an Apex denke, ey, da landen die Leute immer, was weiß ich wo. Nee, Apex kann ja im Geburtstag die sich ja raus. By the way. Ich sag ja, schlecht ist das Spiel an sich nicht. Ich habe es mal einmal gezockt, danach habe ich es direkt gelöscht. Ja, schlecht ist es nicht. Ich fand es nicht so geil. Das Problem ist, ja, du brauchst halt wirklich Spieler, mit denen du spielen kannst. Wenn du da Solo was machen willst, das kannst du in die Tonne kloppen dann. Aber ist natürlich wieder klar, jetzt wenn die Aufnahme ist, ist nicht ein Bot hier, gell? Der hat einen kurzen Zettel. Was? Der hat mich mega gelaggt. Ja, solange in der Aufnahme... Ja, Fortnite spinnt heute übelst rum. Das ist mir schon eben aufgefallen. Gruppenkeile ist es noch schlimmer. Wiedergelaggt. Das ist immer so, weil dann alle komischerweise sich wieder einloggen, nur um noch gerade die Aufgaben zu machen. Also, Lena wird Lockerstufe 100 heute. Okay. Gegner, ne blaue Pump, jemanden. Was? Wo Gegner? Ne blaue Pump, ja. Sniper ist weg. Weil das hier da keine Gegner sind, das kotzt mich schon wieder an. Sonst immer, wenn wir hier landen, ne? Ja. Video kommt keiner. Der schießt doch. Will da einer flexen? Vielleicht wird ich wieder von hinten weggesniped, man kennt's. Hier ist noch ein BG. Aber der ist hier null. Ich hab' noch ein Mini dabei. Ich sag' wir müssen mal langsam irgendwie den Ort wechseln, weil hier ist ja wirklich gar keiner. Aber null. Es wird langsam dunkel im Spiel. Man kennt's. Sind die Bots heute alle am Schlafen, oder was? Lass' einfach Richtung, ähm, Lootrop gehen. Da sind wir eigentlich sowieso ziemlich zentral. Also zu dem. Also die Challenge mit dem Boot hast du schon gepackt, oder was? Ja, ja, mit dem Boot hab ich eben fertig gemacht. Einfach ein Gruppenkeil. Es reicht, wenn du da auch bei dem einfach aufs Boot drauf springst und erschießt den auf dem Boot. Also zählt halt wirklich, äh, vom Boot aus Schaden machen. Im Prinzip kannst du dich auch aufs Boot stellen und dann Schaden machen auf Leute, die außen rumlaufen. Okay. Wow, Level 81. So ein Lootropfer immer noch feller. Aber dass hier gar keiner rumrend. So ein Witz. Komisch. Ja, gell? Sonst hast du wenigstens mal ein Team, was bei dir rum ist. Aber wenn ich halt zum AirTrop, also das nicht war er bei AirTrop, das ist auch komisch. Ja, deshalb. Ja, dann noch Mitte von der Zone. War mir klar. Wer ist es? War mir klar, dass der das war. Aber gut, so kommt Stief. Werde ja wohl mal irgendwo einen Gegner finden, ey. Gleich irgendwo ein Pro-Team. Aber wie viel Biggyschen wir denn, ey. Biggys kann ich mitnehmen. So, wo geh mal runter? Warum schießt du? Ah, ich hab's nicht nur geschossen. Ach so. Gleich schon 10 Minuten Video. Immer noch nichts gemacht. Lol. Ja, ich hab's hier. Aber das will hier keinen Gegner finden. Das kann nicht sein, ey. Ist aber auch immer so. Immer wenn man irgendwas braucht, fehlt es mir nicht. Ja, das stimmt wirklich. Überall die Gegner sind, oder nicht? Schüsse über uns. Ja, hier direkt vor mir. Boah, leck das. So, da war schon mal ein Assist. Da ist der andere. Habt ihr es nicht mitbekommen? Der ist da oben, um den Berg. Äh, ich sehe ihn. Warte, ich probiere den anders zu hitten. 22 erhebt der oben links. Also die Tussi jedenfalls. Fast. Erhebt eine epische Pistole. Ja. Boah, hier ist eine Taktische. Ich beschäftige die einfach mal. Der eine ist wieder nach rechts gegangen. Ach, da war schon der zweite Assist. Ach, da versuche ich, einer mit dem Boot einzumischen. Gibt es noch einer bei mir? Probiert ihn mal anzuhalten. Wo? In Flücht. Ich komm. Da ist mich gleich tot. Ja, war ein Tick zu spät. Aber da sind noch welche mit dem Boot links von uns, gell? Die versuchen halt mit aller Gewalt die scheiß Aufgabe zu machen. Bleiben nämlich immer noch im Boot. Ja, er kommt. Ich stehe noch da oben. Sorry. Ja, ich wusste halt, dass er da ist. Hatte einer noch den Biggie mit holt, eben? Ähm, ich hab'n Biggie dabei, ja. Oh, scheiße. Von wo? Nein, nein, nein. Jetzt wüsste ich mal. Alter, welchen Scheiß. Ich kann die Biggie geben. Komm mal her, zu mir. Oh, was leckt das denn hier abartig, ey? Ja, jetzt bin ich wieder draußen. Alter. Hier ist alles am lecken. Wie die Sau. Bin ich einfach mal gestorben? Ja, wir haben es mitbekommen. Boah. Ich, der übel. Geiler Loot. Was sind denn die Dullis? 50er He- Boah, was machst du denn noch mal bevor mir, du Dulli? Was hast du recht mit den Kanaten? Ich hab's gesehen. Ja, moin. Ich hab' mir auch gesagt. Ja, ich müsste den Kill mindestens haben. Alter, was ist denn scheiß? Ich hab' ich gerade selber angebeten, die Kanate. Oh, sorry. Gott, ist das am lecken, ey! Ich spiel' hier alles in Zeitlupe, gell? Das ganze Team weg. Ja, da unten ist ja noch einer. 25 wide. Da kommt noch ein Team. 26er Hild hat der. Aber blau. Boah, rechts von uns auch irgendwie. Ja, rechts von uns. Der rechts von uns ist weg. Links auch noch einer. Ja. Ja, ich sag' ja, bei mir leckt, es fälzt. Shit, bei mir ist ein anderes Team. Okay. Das würde ich sagen, war's dann. Nice. Aber 5 assist haben wir, ich hab' es schon. Äh, ja, hier ist das andere Team, ey, Ruhe, Ruhe, Ruhe. Vor mir. Boah, der direkt neben mir, die hab' ich überhaupt nicht wahrgenommen. Ich dachte, der wär' schon weg. Hier ist einer, der rennt auf der Pyramiden-Decke da rum. Die sind aber nicht gut. Der stand neben mir, ich hab' den gar nicht. Der leckt übelst. Tschüss, was mir jetzt gibt's. Schon zu gehen. Hey, bei mir leckt aber auch echt grad extrem. Das ist abartig, echt. Hä? Ich pack' die ganze zurück. Ja. War bei mir eben auch so. Ja. Ja, ist egal. Aber wie gesagt, ihr habt's ja jetzt gesehen. So halt einfach, einer hittet an, der andere macht die Eliminierung und schon habt ihr die Assists. So haben wir jetzt schon 5 von 7 hingekriegt. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Nachmachen. Wir gehen dann schon mal an die nächsten Aufgaben. Bis dann.